Hallo liebe YouTuber, heute möchte ich euch zeigen wie ihr eure Telefonkarte und eure SD-Mikrospeicherkarte in das Samsung Galaxy S5 einbaut. Fangen wir mit der Telefonkarte an. Ihr setzt diese hier unten in die Vorrichtung ein. So, somit ist die Karte zum Telefonieren schon einmal drin. Bleibt nun noch die SD-Mikrospeicherkarte, diese kommt direkt darüber rein, in diesem Fall zeigt auch schon die Fallrichtung wie rein sie kommt. So, und drin ist die Karte. Jetzt nehmt ihr wieder das Akku, setzt dieses noch ein und macht dementsprechend noch die Handyschale wieder drauf. Ja, das war auch schon das Ganze. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen, euer Mac Pavlik. Was ist der Name?